Hallo, hier ist wieder euer Rising Soul Appeal, zurück bei Let's Play 2 Rock 2 Seeds of Evo. Ja, ähm, noch in einer kurzen Pause, ähm, bin ich jetzt wieder motiviert genug, das hier weiterzumachen. Ich habe mich durch das ganze Wasser geschoben. Ich habe keinen Knopf gedrückt. Ich habe mich dadurch geschoben. What the? What's that? Gag, wo ist da? Boah, Dreckste Teil. Bleah. So, ähm. Boah, weiter geht. Hier geht anscheinend wieder weiter. Ich habe ihn wieder durch das Wasser geschoben. Boah, ich seh. Komm her, jetzt unter Wasserkampf fährt. Boah. Okay, der ist tot. Ach, hier ist das innen des Levels. Okay, aber ich muss jetzt wahrscheinlich nur ein zweites Mal durch das ganze Level hier. Äh, weil wir noch eine Schwester der Verzweiflung machen müssen. Und weil diese Scheiß-Morportal die noch aufgeben muss. Äh, wo ist denn der verdammte Schalter dafür? Alles ist verdammt. Ja, die Karte nützt auch nichts. Ach, ja. Ach, ja. Ah, hier. Scheiße. Word total aktiviert. Scheiße. Jetzt endlich. So, jetzt können wir hier diese Adlerfehler abgeben. Die Geister akzeptieren dein Angebot. Ich überreiche dir den Sprung des Glaubens, Talisman. Mit diesem Talisman wird deine Sprungkraft verbessert, wenn du auf einer Talisman-Plattform stehst. Egal. Komm schon, Dino, lass mich hier holen. Jetzt zieh dich. Hm, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich beende das Löffel jetzt. Oh, ne? Wo ist denn jetzt meine Ausdruck? Äh. Äh. Noch da. Und musste halt noch mal durch. Wer dann jetzt gleich den einen Speicherpunkt am Ende des Löffels nochmal machen. Na, in den Tag. Ich hab alles aufgesammelt, was es hier gibt sonst. Was ist denn? Da ist der Mund. Da ist er noch nicht so kreativiert. Du hast du den Mund von, BECUCH. Na, das ist schon immer noch so schwer. Wenn wir's noch mal in die Lage zusammenkennen und die Löffel mehr rauskennen. Das ist schon immer so schwer. Was ist das? Ich bin laut. schnell tut wohl und mit diesem einen speicherpunkt da am eigentlich und den partenten damit Möbel, lass mich in Ruhe, komm ab colour, in tweets, es geht so weit, und, man kann zu beurten, ja, ich bin schon stolz, gestehrt, aus und, ich bin schon zu beurteilen, ich bin schon zu fallen, ich bin schon Winkert ich noch größer, Luke aus dem Forum, natürlich. Scheiße, ich glaub Matt tut das nicht mehr. Ich will sie trotzdem eins. Oh ja, und Happy Birthday noch zu meiner Kleidung, was er zwei, drei Tage danach Erfahrung bringen konnte. Ja, ähm, Happy Birthday, sag ich dir. Ja, ähm... Boah, den kann ich nicht mehr so sehen. Martin Gunning, noch gut ne Marken. Ähm... Natürlich auch den Marvin. Martin und Macherwin. Ähm... Ja... Hm... Den... Na... Sonntag ist danach von könnte ich noch grüßen, Während ich hier das Full-Health einsammeln, weil ich die größtes Mal nicht immer wieder pack. Ähm... Ja... Hm... Hm... Was ist denn... Oh oh, da ist wohl noch Artillerie, oh oh. Nicht gut. Der kann keinen Weg reinhören. Hm... Hm... So, ich glaub wir sind jetzt... Ja, wir sind am Ende angekommen. Schnell hoch, ja, ja, ich hab keinen Bock mehr. Sei gegrüßt zu Rock, wie kann ich dir helfen? Oder... Indem ich endlich speichern kann. Ist übel, wie wenig Linksens die nur sind... äh, Speicherplätze. Das ist derbe übertrieben. Spielstart gespeichert. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal, euer Riding Soul LP.